Oh ihr Lieben, schön, dass ihr im Start seid zum neuen Video. Ich wollte eigentlich diese Ansage gar nicht machen, aber ich mach sie doch. Ihr kriegt gleich nochmal ne Ansage, was hier passiert. Aber ich möchte euch nur eins zu diesem Video sagen. Der erste Döner der Welt und diese Räumlichkeiten, der kriegt sie im Video mit und kriegt das Feeling mit. Und ich hab das echt versucht gut zu verpacken, dass der auch die Atmosphäre mitkriegt. Hier schwebt irgendwas in der Luft, hier ist als Werk ein Geist hier oder so. Oder ein Tausendgeister, das fesselt es irgendwie, gehen diese Räumlichkeiten ganz tief in mich rein. So, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und es kommt natürlich auch der älteste Döner der Welt. Iskander, der sich gewaschen hat, auf euch zu. Kriegt ihr alles zu sehen, den Spieß und so weiter, bleibt dran. Das geht los im Video. Und Leute, denkt an den Kommentar auch, knallt mir ein schönes Kommentar nochmal rein. Und nächst ein bisschen in die Türkei, sonst wo, ihr wisst, ich bin inzwischen am Start. Und der Gutschein ist auch am Start. Wir sind in Bursa, in der Türkei. Dunkel geworden inzwischen, weil viel los war heute, viel passiert. Wir werden den ersten Döner der Welt testen. Hier Bursa generell, die wurde mir von den, sag ich mal, Tour gehalten, so gesagt, ist die Stadt, wo Iskander herkommt. Wo Iskander groß geworden ist, der Urvater des Iskanders. Und den werden wir natürlich auch testen, aber den ersten Döner der Welt. Da, wo wir gleich reingehen, der kommt im Ursprung, den wir alle lieben. Das, was wir feiern, was wir gerne jeden Tag essen würden, Döner, kommt hierher. Und den werden wir jetzt testen. Ich sag's doch, ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, warum, ich bin echt aufgeregt. Und ein bisschen Angst, weil es schon spät ist. Er hat nur noch anderthalb Stunden auf. Ging aber nicht vor heute, konnte nicht früher hin. Aber ich hab so ein richtiges Kribbeln innen drin. Puh. Ich glaub, hier geht's rein. Ich hoffe, ja. Hier sieht's gut aus. Autopark. Iskander. Effendi. Oh nein. Der Urvater. Puh. Scheiße, Mann. Ich fühl mich so komisch gerade. Jetzt krieg ich Gänsehaut. Oh ja, Mann. Es wird noch gegessen. Es sind Leute da. Ich hab echt Angst gehabt da irgendwie zu. Ich bin hier dreieinhalb Stunden nochmal hin, was eigentlich zwei Stunden dauert. Aber verkehrt in Istanbul. Schlimm. Ein Glück. Da geht's rein, Leute. Da geht's rein. Zum ersten Döner der Welt, Mann. Lass es, dass ich das erleben darf. Ich danke euch, Leute, Mann. Lass gerne den Daumen umknallen. Für die Klasse eine kranke Mission. Seid mal ehrlich, das verdient den Daumen um. Jetzt geht's los. Jetzt krieg ich eine kleine Führung. Ich fäng jetzt. Und da oben kann ich auch noch, Leute. Das ist halt die Atmosphäre, Leute. Das hätte so Atmosphäre hier drin zu stehen, als würden hier Geister schweben. Das hat die Aura, das Gebäude. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. 4 Chefs. Yes. The last one Mr. Iskender. Founder of Döner. And his son Mr. Suleiman. Mr. Nurek. The third generation of the. Mr. Us. Or Chef right now. Third generation of the. The first shop boot 867 on Kayan Bazaar. This place. The first Döner machine made by Mr. Iskender. Ah, this Mr. Iskender. The first Döner machine. The last one. Ah, the last one. Yes. The first Döner machine made by Mr. Iskender. It looks like this one, yes? Yes. Ah. It is original stuff. Coming from this year's. The first signboard. Ryden Ottoman. And the first stuff. Table. Knives. Glass. Everything. Original stuff. Oh, that's great. Here comes all this. 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 From the young. The first one. And that's the oldest one. And his son? Yes. Mr. Suleiman. Mr. Nurek. Brothers. This one who's there? Mr. Nurek. Mr. Nurek. Mr. Nurek. This room name is Haram Selamlık. The only boys eating this place before. And if a man wants to marry a girl, they sit on the couch and the girls hide these stairs. They stay up and slice the list of the men behind this window. Ah. Mr. Nurek is ready also. My food is ready? Mr. Nurek. das ist einfach mystisch hier das verbirgt irgendwas in sich hier das ganze ziemlich ganz ganz speziell fähig ist so mal eins muss ich auch noch sagen würde das gericht heißt dünner so wird es gesagt ist offiziell erster dünner der welt und natürlich ist das nicht genau das was wir bei uns als dünner kämpfer wie er serviert wird den werde ich gleich in das brot werde ich den rein knallen natürlich wir sehen was abgeht leute jetzt kommt für mich erst mal was für mir das jetzt wie döner hier zusammen oder da frisch drüber picke sehen das ist für mich mein kleiner döner zusammengebaut ein sehr schlechtes licht hier auch hält mehr schlecht als recht sagen wir mal so mini döner kann man sagen rein damit das brot ist angeröstet voll gesogen von butter voll mit einer schönen röstung genauso wie man das kennt vom gerösteten brot und das mit dem fleisch ist schon außergewöhnlich mann sehr außergewöhnlich wieder wie viele döner oder wie viele spieße hier in der türkei relativ lamm lastig und hier haben wir jetzt halt noch das phänomen dass es auch einen gewissen hackfleisch bevor ich zumindest kender noch mal eben schon über geht noch mal ein paar eindrücke schnell vom laden weil ich finde das hier so episch wenn ich weiter beim iskender der älteste spieß die älteste zusammenstellung schön am feuer an holz man sieht auch die arbeiten nicht mit viel röstung weil sich die zeit geschuldet wie auch immer aber nicht mit viel röstung gearbeitet für all die türken ich verstehe kein wort alles original gegenstände hier ja ich schiebe gerade andere filme heute habt ihr eine schwester und die kommen mit ihren ersten freund nach hause man stellt euch vor das ist der typ man so jetzt kommt an iskender die drängen mich gerade dazu das natürlich frisch jetzt zu essen zu recht licht ist zu schlecht wegen focus noch mal zum döner auch das steht auch in der karte unter döner kebab ne so wurde döner kebab serviert damals mit dem brot kann man dann natürlich was einrollen noch das halt natürlich die originale variante sagen wir mal so also ist kender für mich sagen wir einmal so nicht so stark wie gedacht hätte dann erwartet ihr das beste der welt aber nur weil der ursprung ist es nicht das beste ist lecker auch die butternote da drin ist welt schon krass mit der butter tatsächlich das fleisch ist für mich ein bisschen schwachgrund nehmen wir noch mal zum döner rüber ich muss sage ich habe mit einem einheimischen gesprochen er sagte auch gut aber es gibt auch längen bessere ich wollte mich jetzt mal selber zeugen weil zum schuss muss ich es natürlich selber für mich sehen habe ja auch so das vielen grad mit dem dönerbrot alles zusammen gehabt war lecker aber es holt ihr nicht alle kohlen aus dem feuer guck mal ich möchte so sagen mir fehlt ein bisschen raffinesst bei den geräten habe jetzt in türkei generell viele spieße gegessen viele fleischspieße ich merke einfach auch hier ist es gang und hebel den lammanteil den lammgeschmack in diesen fleischspießen relativ hochzahlen ich mag sie aber dezent im hintergrund leicht habe jetzt spieße gehabt auch in meiner street food tour die entweder schon gekommen ist oder sie kommt noch wirklich epische tour da habe ich für mich für meinen geschmack die perfekten spieße gefunden lambischen dezenter im hintergrund agieren das ist für mich zu intensiv das gibt den gerichten beiden trotzdem nach von zehn weil ich merke was sie für eine klasse haben und schmeckt trotzdem heftig aber die raffinessthealischen und nur die butter die ist heftig die ist auch ganz krank und diese röstung vom brot aber die kann ich für mich nicht alle kohlen aus dem feuer holen ich habe gerade nach karte gefragt die haben wirklich nur iskender und döner kebab du hast eine spezielle eine, wo das Fleisch in das Brot direkt liegt hättest du? Fleisch und Iskender und Brot und Fleisch und Tomatsoff und Joghurt und Tomatsoff und Pfeffer okay, danke, danke Karol, desto länger das hier steht desto mehr in der Butter noch aufweicht desto besser ist es wird wirklich auch immer besser ist es immer noch warm und nicht mehr ganz so heiß aber eigentlich wird es immer geiler gerade ich weiß nicht warum ich habe vielleicht zwei Gerichte komplett weggeballert ich habe mir da ja meinen Döner selber gebastelt und den würde ich schon auf 8,5 ranken und das fand ich schon sehr geil natürlich die Butter da drin alles was man braucht damit das Geschmack kriegt aber das war für mich schon der Trumpf und ein heftiges Erlebnis, krankes Erlebnis für mich es gibt extra Leute die nur alles zeigen hier, ich höre dass der Boden knatscht man das hat hier alles so ein Feeling man ich liebe das hier hier? es ist Gastrund Gastrund ja, alles ist Handmade und beide sind über 4 Jahre So, hier aus dem Hostess ist keiner als meine abschließenden Worte. War für mich ein epischer Dreh. Ich bin so, ich kann es nur nochmal sagen, maximal dankbar, dass ich das machen kann. Ich freue mich über den Support von euch, wenn euch diese Mission gefallen hat. Lasst es mich wissen mit einem Daumen oben. Ich beende das Video, Leute. Ich sage es jetzt einfach ganz trocken, bis zum nächsten Mal. Ich bin gerade ein bisschen neben mir. Bis zum nächsten Mal.